Hallo. Hallo. Was hast du zuletzt im Internet bestellt? Ich weiß nicht, wie man Sachen im Internet bestellt. Ist das erste Mal im Knast sein immer das Schlimmste? Ich fand's okay. War nicht so schlimm. Jetzt, wo Lena Gerke Solo ist, tust du was? Mich weiterhin nicht für sie interessieren. Wer ist das überhaupt? Welche Musik hörst du beim Sex? Oh Gott, Gabba oder Metal. Wovor hast du Angst? Oh Gott, Mama. Der größte Anführer ist? Maxim von KIZ. Trotz seines Alters ist Henning Mai? Verdammt talentiert. Was würdest du in einen Atomschutzbunker mitnehmen? Koks, eine Kreditkarte und einen Geldschein. Spaß, Spaß. Deine Lieblingswaffe? Meine Rhymes, meine Punchlines. Wer hat die tiefste Stimme? Henning Mai. Wer würde dich in einem Porno dubeln? Andersson Silver. Was haben Flüchtlinge und Frank-Walter Steinmeier gemeinsam? Alter, was ist das für eine behinderte Frage? Nächste Frage. Würdest du dich als intellektuell bezeichnen? Nein. An welcher Verschwörungstheorie ist was dran? Ähm, dass wir im Dienste der Illuminaten handeln und Reptilienmenschen sind. Sind Koks und Nutten noch aktuell? Nein, meine Droge bin ich selber. Tarek Ebene, der nubische Prinz. Wie guckst du, wenn Fans ein Selfie mit dir machen wollen? Mach mal vor. Ich guck meistens gleich. Victoria Beckham hat gesagt, es sieht doof aus, wenn man lächelt. Ich ärgere mich immer, wenn ich lächle auf ein Foto. Kommt noch was? Danke.